so da starten wir wieder mit einer neuen session am minecraft ich war am neta unterwegs wie man unschwer erkennt leider habe ich nur noch acht ganze knochen blöcke ergattern können und das wird jetzt ein problem was jetzt auch keine lust weiter noch nach neuen biomen zu suchen da ist die frage haben wir jetzt mittlerweile trotzdem genug knochen um da scheiße wo ist das knochenmehl ist das jetzt mit drin irgendwo daran drei hatten wir noch 22 ich würde es tatsächlich erst mal so probieren wollen das muss ich bloß gucken das war bewaffnet daraus gehen und mit futter die pilz leuchten können wir auspacken wo hatte ich den achter zwei stacks hat das wird ja noch lange glaube ich nicht reichen wenn wir jetzt hier irgendwo ein skelett sehen würde ich das auch attackieren wollen wenn da nicht gerade irgendwo ein creeper in der nähe ist zombie nach stimmt jetzt kann ich ja wieder aufnehmen den knochen hatten wir wo wir am button beides so weit kriegt probieren was und ich habe den teil mal nicht gestartet gott denn sonst nehme ich mit obs auf da brauche ich ist ein integrierter timer aber so mit frips wieder so das haben wir schon mal gemacht gehabt so dann keine das mit drei blöcken drüber 12 und dann eine komplette reihe auf jeden fall wissen wir dann ja ungefähr wie viel wir noch brauchen von den künderen blöcken müsste sogar machbar sein mit unseren knochen lieber noch haben blöd ist jetzt tatsächlich das war aber zukünftig irgendwo noch was so was brauchen keine blöcke mehr einfach so vor aus dem netter holen können die sind ja dann doch recht rar ein hoch dann drei an der seite und gegenüber immer mehr hoch ok das heißt wir sind jetzt hallo bei einem noch und dann zwei komplette reihen sind 1 2 3 4 5 6 12 13 stück bräuchte ich also noch hallo ist das geld ich brauche dich mein freund gab noch mal knochen sehr gut so packen wir das aus die knochen holen wir 48 damit kommen wir noch nicht klar ich frage mich gerade wenn du diese so deutlich gehört haben hier ist ein zombie ok 6 jetzt haben wir durch 11 also noch zwei das heißt ich brauche 18 36 das müsste jetzt genau erreichen zack knochen weg dafür das mit und paar magma blöcke brüche ich glaube ich auch noch ich nehme mal drei oder vier ich habe keine ahnung so so Das war's. Hier müssen bestimmt auch noch Klappen gesetzt werden. Oh, ich hab' nicht verzählt. Dreck! Noch zwei also. Oh Gott! Ich hab' bisher nur die Augen so gemacht. Oh, hier fehlen die auch noch welche. Also fehlen jetzt noch zwei Fünfe. Okay. Fünf mal neun? Okay, dann muss ich doch mal ruhig bleiben. Oh, ich weiß nicht ob das viel... Wo ist er? Oh, holt wieder ab. Oh, ich komm' nicht weg! Scheiße! Ich hab' irgendwie festgesteckt. Oh Mann! Oh! 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 Okay. Oh! 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 Ich sehe gerade, dass ich er vollschiemacht. hier kommt. Hier kommen wir zu hinein. dieser kack... Kack... creeper ey! so wo war ich jetzt ich glaube 45 oder fünf stück ok jetzt habe vergessen wie viel lava dinger ein hat nur noch zwei glaube ich ne klingt irgendwie schon wieder nach kripa ja 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 Hey? Ah, hier. Gut, dann müssen wir uns mal einen Kopf machen, was wir dann vielleicht hier außen rum machen. Die roten Blöcke will ich da weg haben. Vielleicht verlege ich tatsächlich noch den Weg nach hier gleich ran. Mal gucken. Jetzt wollte ich nochmal überprüfen, weil im Nachhinein ist mir eingefallen, toll, schlau gelaufen, dass die Holzbretter, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass die nicht entzündbar sind, weil die am Näh da auch vorkommen, beziehungsweise die Stämme auch an der Lava sind. Was zur Hölle? Ach. Das ist ja irgendwie interessant. Okay, es ist nichts abgefackelt. Damit könnte man so eine Telefonleitung oder Stromleitung simulieren. Ich meine, das sieht man. Kaum tatsächlich. Die Frage ist ja... Oder so eine Art Seilbahn oder sowas? Na gut, gehen wir am besten erstmal ins Pätschen. Und dann... Ja, eigentlich würde ich als erstes gerne die Seenelder loswerden. Aber wir müssen auch mal wieder zu den Schafen. Mach ich denn die Schere hier? Okay. Das war's für heute. Nein Juh, dann würde ich sein Holen wir uns in der nächsten Folge ein paar Chippies. Scheiß, alles voll. Oh, wollte ich hier doch auch noch. Hatte ich doch nicht. Setz, nimm mal. Ah, hier, okay. Packen wir die mal um. 1, 2. Den ein oder anderen Setzling habe ich dann. Okay. Schilder, die kann ich damit umpacken. Was sollen die hier noch? Gut. Ich bitte zu bedanke mich. Bis dann. schilder, die kann ich damit umpacken. Ich bitte zu bedanke mich. 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 Ich bitte zu bedanke mich.